Low-Carb-Waffeln mit Beeren Waffeln sind ein beliebtes Frühstück oder Dessert, aber oft enthalten sie viel Zucker und Mehl, die nicht gut für die Figur sind. Mit diesem Rezept kannst du leckere Low-Carb-Waffeln zubereiten, die mit frischen Beeren serviert werden. Die Waffeln sind glutenfrei, eiweißreich und vegetarisch. Zutaten für vier Portionen 100 Gramm Mandelmehl 50 Gramm Kokosmehl 1 Teelöffel Backpulver 1 Prise Salz 4 Eier 200 Milliliter Mandelmilch 2 Esslöffel Erythrit oder ein anderes Süßungsmittel nach Wahl 1 Teelöffel Vanilleextrakt Kokosöl zum Einfetten des Waffeleisens 200 Gramm gemischte Beeren zum Beispiel Erdbeeren, Himbeeren, Blaubeeren Optional Sahne oder Joghurt zum Garnieren Zubereitung In einer großen Schüssel das Mandelmehl, das Kokosmehl, das Backpulver und das Salz vermischen. In einer anderen Schüssel die Eier, die Mandelmilch, das Erythrit und den Vanilleextrakt verquirlen. Die feuchten Zutaten zu den trockenen Zutaten geben und gut verrühren. Der Teig sollte dickflüssig sein, aber nicht zu trocken. Falls nötig etwas mehr Mandelmilch hinzufügen. Das Waffeleisen vorheizen und mit etwas Kokosöl einfetten. Jeweils etwa eine Vierteltasse Teig auf das Waffeleisen geben und goldbraun backen. Die Waffeln vorsichtig herausnehmen und auf einem Teller abkühlen lassen. Mit den restlichen Teig wiederholen, bis alle Waffeln gebacken sind. Die Beeren waschen und trockentupfen. Nach Belieben klein schneiden oder ganz lassen. Die Waffeln mit den Beeren anrichten und nach Wunsch mit Sahne oder Joghurt garnieren. Guten Appetit!